Die Arbeit von uns Abgeordneten hier im Deutschen Bundestag muss transparent sein. Sie muss nachvollziehbar sein. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich auf das verlassen können, was wir hier tun. Es kostet uns Vertrauen, wenn der Eindruck entsteht, dass hier einige sich die Taschen voll machen, anstatt für das Wohl des deutschen Volkes zu arbeiten. Das kostet uns Vertrauen. Und es geht, meine Damen und Herren, um Anstand und Haltung und auch um die Würde dieses Hauses. Untertitelung des ZDF, 2020